Er ist ein Freak. Sein Körper ist außer menschlich. Es ist wie ein Bildhauer, der seine eigene Statue herstellt. Wir wachsen damit auf, dass wir ständig Korrekturen für jede kleine Bewegung bekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht perfekt. Er ist absolut für Ballett kreiert. Gehst du schon mal eine Lütte auch? In der Welt des Ballets ist Friedman definitiv eine der Figuren der heutigen Dance. Friedman ist ein solcher Deutsch. In Deutschland hat keiner diesen Status gehabt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.